Hier gibt es einen großen Aufzug, der war noch nicht genau wie gefilmt. Hier darf man auch Ich erkläre es euch gleich, warum die Adressen nicht sagen darf und die Namen, das erkläre ich euch gleich, wenn ich eingestiegen bin. Ich würde liebsten hier Schachfragen, aber es geht nicht. Machen wir uns was auf, die ganze Zeit kaputt. Ich habe auch gesehen, es gibt auch Kinderwagen hier. Diese hier. Deswegen. So. Das hat mich auch gefreut, habe auch lange getestet, aber es ist nichts. So, also jetzt erkläre ich euch, auch nicht privat, äh, 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 sonst, äh, äh, das ist einfach gar nicht mal die Namen, wenn ich nicht sagen soll, aber das hier heute in YouTube machen. Deswegen darf man nicht sagen, jetzt privat. Nur Freunde, nur gute Freunde. Auch sicher. Das ist keine Böse. Dann gebe ich dir noch die Adressen. Das ist keine Böse. Ich habe nicht gesagt, wo Kinder. Ich habe es einfach nicht gesagt, wo Kinder. Das darf man nicht sagen, nur gute Freunde, wie gesagt, die Freunde. Und dann, ähm, die, ja, ich habe auch immer vergessen. Ich habe die Adresse, glaube ich. Ich habe wieder vergessen zu schreiben. Guck. Deswegen nicht. Keine Schlachtfase. Ich habe wieder vergessen, Adressen. Ich habe den Namen, den Namen, den Namen, das soll ich sagen. Das kann ich auch sehen, den finden und was ich will nicht machen. Das ist ganz, ganz privat. Wie Ehe, wie Eure, meine Adresse auch nicht. Sie müssen die Telefonnummer auch nicht. Also Telefonnummer, Adressen und Namen, gar nicht. Nur beste Freunde. Wir tun auf keinen Fall. Sonst würden wir was blödes machen. Das wäre nicht gut. Ja Leute, die Frau hat gewusst, die Frau hat sich gewundert. Sie sind die Ärzte und steigen durch diesen Meeting draußen. Und jetzt kann man mit dieser Bankricht wieder erben kommen. Ich wünsche, dass ich mich umfühlen habe. Ergiss nicht. Schade. Ergiss nicht. Ergiss nicht. Ergiss nicht. Ergiss nicht. Ich würde vielen Dank für das Schauen und bis zum nächsten Video. Tschau. Ich habe heute nachgesagt, wie ihr die Pusatoren seid, wie ihr die Elevator fandet.